Mein Name ist Antonella Bickel, ich komme aus dem Zürich-Unterland, aufgewachsen bin im Kanton Aargau in Baden und mein gelernter Beruf ist Dentalassistentin. Im Januar 2019 habe ich angefangen im Onkozentrum in der Engie als Pflegeassistentin. In meiner Funktion als Pflegeassistentin kümmere ich mich um zwei Personengruppen. Das eine ist das Pflegeteam und das andere sind Patienten und Patientinnen. Im Bereich Pflege kümmere ich mich um folgende Aufgaben. Blutproben, Materialbestellungen, logistische Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Desinfektion von den Räumen. In der Küche schaue ich, dass auch alles funktioniert und sauber ist. Im Ganzen kümmere ich mich um alles, was Unterstützung braucht. Im Bereich Patienten kümmere ich mich um alle Grundbedürfnisse, zum Beispiel die Verpflegung, ihr Wohlbefinden, das Aufgehoben sein und die Begleitung in die Klinik. Im Grunde genommen um das Patientenwohl. Um die Arbeit als Pflegeassistentin zu machen, ist es sicher sehr ein Vorteil, wenn man beobachten kann, mitfühlend ist und flexibel. Weil kein Tag ist wie der andere. Das Spannende an meinem Job ist, dass ich vieles mitbekomme, wie es den Patienten geht, mit allen Up-and-Downs. Ich kann meine Arbeit zum Teil selber einteilen und ich kann mit allen onkologischen Berufsgruppen tun. Was das Ganze sehr interessant macht. Die Onkologie ist ein sehr herausforderndes Umfeld. Ich schätze es aber sehr, Geschichten miterleben können, Menschen etwas Gutes tun und am Abend mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können.